Bevor die E3 2018 am Samstag mit der EA Play Show begann, liegen Michael Obermeier und Christian Fritzschneider in der Pre-Show bereits die ersten exklusiven Trailer der Pressekonferenz. Auf Wunsch vieler Zuschauer zeigen wir jetzt den Trailer zu Anthem noch einmal. Bitte verratet es nicht unseren Chefs! Online und offline, mal Koop, mal allein, fliegend und flech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald, auf nem fremden Planeten, ja in Fortarsis, da sind sie zu Haus. Javelin, hüpfen hier und dort und überall, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Javelins aus Anthem! Mehr Trailer-Leaks, alle Pressekonferenzen, Trailer, Analysen und brandheiße Infos rund um die Spiele der E3 2018 gibt es die ganze Woche lang bei GameStar und GamePro und auf Twitch unter dem Motto E3Max auf unserem neuen Kanal Monsters & Explosions. Wir freuen uns auf euch!